Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu The Crew Wild Run Das Summit, Januar Summit, der große Summit Hier bei uns gerade Der große, das kleine Ja, der kleine sind die Qualifier-Summit Ich komm mit der Zeit einfach nicht her Ich komm mit der scheiß Zeit nicht her Weißt, beim ersten Lauf, wo ich das gemacht hab, hab ich mir gedacht so Das war ja, Jvation. Viel zuviel Zeit, man will wirklich damit Mit Schleyber Ich zeh schneller Ich steh schneller Also, fährst du jetzt den Weg den ich fahr oder Äh, nene, ne fahr ich nicht Ich glaub meiner ist besser. Dann sag mal deinen Weg. Äh, äh, ja, einfach mir nachfahren. Überhol mich, überhol mich, überhol mich, überhol mich, überhol mich! Überhol mich, Alter! Na, jetzt war meine Zeit, glaube ich war. Huuuh, 410! Ja, das hatte ich auch schon. Oh, der war ein Auto. Du fahrn, du fahrn, du fahrn, du fahrn. Der D ist jetzt erstmal eh nix. Komm, komm näher, komm näher, komm näher. Ja, wie? Ich geb schon voll Gas! Ja, jetzt bist du ja drin. Uh! So schnell war ich da noch nie! 410! Nee, 310! Jetzt g- pics schon! So, jetzt, äh, grad aus! Gar aus, grad aus, grad aus, grad aus! Oder rechts! Ja, egal. idaros. Ja, hier, 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 hier! Scheidt sich mein Junge! Erst du fahren! Bis hinter und dann die 5! Okay. Ähähähähäh! Ohhh hier rein! Wo bist du? Bist nach 1 zu mir? Gut. NEN NEIN. Das kann nicht sein Art, Alter! Irgendwann fick ich dieses Spiel! Ah hab jetzt noch eine halbe Minute... Es kann nicht sein Alter! Ich hab mich verbessert! Ja, ich mich auch, aber nur... Habt gar nichts! Sieh auf... Ja, das passt, das passt... Nein, jetzt sind die Autos, nein, jetzt sind die Autos! Jawohl, noch mal verbessert! Ja, mal verbessert, Alter! Boah, das wurde halt ordentlich knapp, du! Alter, da geht was, Mann! Da geht richtig was! Jetzt bin ich mal gespannt, ja, jetzt bin ich mal gespannt! 110er! Ich will! Warte, warte, 99 ist da! Äh, 348,7! Wie viel hab ich? 300... Oh Gott, ist das knapp! Oh Gott! Das ist bei irgendeinem... ...kmh... Ne, das sind bei irgendeinem... ...5 kmh schneller! Komm schon! Du musst am besten vor mir fahren! Weil du eh schneller bist und von mir Windschatten bekommst! Und ich dann für dir auch noch mal zu den letzten Halb bekomm! Dann zieht ja beide schnell! So bist du und du schnell! Am besten müssten wir ineinander fahren, dass wir beide Windschatten bekommst! Ja, das geht nicht, weil ich schneller bin wie du! Also ich hab die schnellere Beschleunigung! Ich fahr dir davon, ziehst du ja! Erst wenn du Windschatten bekommst, ziehst du dich rein! Ja, jetzt! Oh, 322, das fänd ich schön! Siehst du, jetzt auf einmal bekomm ich auch so nen Schub! Ja... Ja, aber dann ist mein Schub weg! Halt, ne? Ja, aber du bist ja da eh schon zu schnell! Ey! Okay! Ah! 3199 Passt! Ey! Ey! Du bleibst schön da, mein Freund! Gut, passt! Warte, jetzt bist du zu langsam! Ja, passt schon! Oh, da war meine andere Zeit besser. Nein! 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 Was? Minimal ein Auto gestriffen, es war vorbei. Was? 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 Oh nein! Verhalte dich, die Zeit gehen nicht auf. Ich weiss... Alter, was tut es da? Autos haben! Das ist schwer so geil geworden! Ja... Ja bei dich, für dich ist es ja vielleicht noch geil. Äh nein. Das hab ich niemals. Ne ich schaff's nicht mehr. Aber da kann man fast 300 schaffen. Du könntest insgesamt viel mehr schaffen. 300 geteilt durch... 300 geteilt durch 5... Äh 100 geteilt durch 5. 20 mehr. 20 mehr hätte ich schaffen können. Mhm. Hätte ich genügend Zeit. Oh das wäre nicht mal mein Rekord. Das ist klar. Puh. Ja. Ja diesmal haben wir den ersten Hut. Weißt du was ich... Skylab war wirklich wie wir ineinander fahren. Und ich sogar abbremse und du bist langsamer wie ich. Ey warte. Nein das mach ich nicht mehr statt. Nein. Nein das mach ich nicht mehr statt. Nein. Nein. Weißt du was ich mir gedacht hab? Was? Wenn du von der Geraden kommst. Und die Kurve perfekt nimmst zum Zweier. Und... Ich weiß nicht wie viel man da schaffen würde. Weil das ist eigentlich ne ziemlich weite Kurve. Mhm. Weil so n Auto ist unkontrollierbar mit Windschatten. das ist unglaublich was machst du immer noch für eine extra Drehung? Bremst mal erst ab Bremst mal erst ab und dann Handbremse und Ding Oh Gott, meine Zeit ist voll für den Arsch Ja, geht Ich bin schon dort Oh, die Kurve verpasst Oh, hier Nee, das kannst du vergessen mit 2er Was? Mach gleich Neustart, mach gleich Neustart, wir sind eh nicht in den Job Äh, was hast du da geschafft? Äh, ich bin in die Bank gefahren ein bisschen, aber... ...260 Aber das ist schon ordentlich Naja, musst du nochmal anlaufen Also... Wenn du vom 5er kommst, dann kannst du das 310 schaffen Ja Ah, dieses Ding basiert einfach auf Perfektion Ja So wie ich's beim ersten Mal gesagt hab Mhm Ich zieh mich ran Und verging auf Ich schiff Autostum Kann man hier nicht die Autos ausschalten oder so? Schön das Ja Also wenn ich jetzt beim umdrehen Bremst mal erst Und dann lenken und Handbomben Also bremsen Und dann Geht viel schneller Ja Wenn man nicht nochmal lenken würde So wie ich Ubi Kofi Wo muss man hier eigentlich Perfekt nicht rücken? Ui, yo, du leckst Ja, du auch JOOOOO 420 ALTER 417 Das muss ich verkacken Komm, komm, komm Oooo, das Auto war Nei! Oooo, das Auto JOOOOO Halt, da kann man auch weiter so Einmal Nitro geht aus Boah, scheiße, das geht besser Ach so ein Zufall, ich bin langsamer Aber ich nicht, gib Gas Alter, da musst du das Nitro echt so dermaßen Kontrollieren Ja, halben Pass auf Jetzt versuchen wir das Gleitungsbekommen Jetzt noch einmal umdrehen, oder? Erstmal den 2er Ach, den probierst du von der Seite aus? Ja, oder du kannst... Ja, ich bin hier aus, kannst du das auch probieren Drum, drum, drum Es reicht locker Ähm, bin ich mir nicht so sicher Scheiß Pussy, Alter, scheiß Pussy Ich bin unter 100 Ich bin unter 100 Und meine Mama will was von mir Ich bin unter 100 Was? Was? Ne, ne, ich glaub am Ende musst du erst da sein Ach so, okay, ja gut Ich glaub das wird aber nicht reichen Machen wir was anderes Jo, ja, Part ist unser Ende Jo Na dann, nächste Woche geht's dann weiter mit... Was macht man? Keine Ahnung Die Tests Fluchtspringen Tempo Die gibt's aber nächste Woche Einschalten Und die verpassen Bis dahin Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Tschau